Yo, Goko, sag mal, da dieses neue Female Protector, dieses von der More Nutrition da, was hältst du davon? Hey, yo, Digga, hast du schon gesehen? More Nutrition, das ist jetzt endlich mal wissenschaftlich fundierte Supplemente und so. Und meine Freundin, die wird jetzt bestimmt wieder ihre Regel kriegen. Was hilft denn noch bei Aminorö? Ja, meine Leute, herzlich willkommen bei dem Video. Heute soll es mal um das Thema Aminorö gehen, denn merkwürdigerweise haben mich jetzt viele Leute angeschrieben bezüglich des Female Protect, glaube ich, heißt es oder sowas von More Nutrition, bezüglich hier mit, ja, Aminorö, also das heißt ausbleibende Regelblutung, jetzt erstmal für ich hupe, ob primäre oder sekundäre. Primäre kannst du grundsätzlich eigentlich, ist meistens Genefekt irgendwie am Stissel. Also das heißt, eine primäre Halsmenstruation hat noch nie stattgefunden so und sekundäre ist, wenn sie über einen gewissen Zeitraum, ich glaube ein halbes Jahr oder sowas ausbleibt, dann spricht man von Aminorö, sonst spricht man noch von entweder Schwangerschaft oder irgendwelchen Unregelmäßigkeiten, keine Ahnung, wobei dieser Zeitraum natürlich auch schon ziemlich krass lang ist. Gut, ja, zu dem More Nutrition-Ding, Mick Weigel, Christian Wolf und Lea und ich weiß nicht, wäre da im Hintergrund noch alles drin, ob diese, ja, Produkte designt, ich glaube es heißt Design oder sowas, ist ein an sich nicht so schlechter Ansatz. Ich habe mir jetzt aufgrund dessen mal dieses More Female Protect angeguckt und ich frage mich, warum da Eisen-2-Sulfat drin ist. Es gibt ja mittlerweile Studien, dass Bisglycinat, also Eisen-Bisglycinat, halt irgendwie besser bioverfügbar ist, Faktor bummelig 2. Damit könnte man natürlich die Dosierung von dem Eisen runternehmen, denn Eisen, wenn du es supplementierst zusätzlich, dann hat das meistens so ein paar Gittstörungen nach sich. Also Gastrointestinaltraktstörungen, das heißt so Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, so solche Geschichten. Dann ist das nächste Ding noch, ich finde es persönlich ein bisschen mau dosiert, ja, also weil ich glaube da sind 12,5 Milligramm drin pro Tagesdosis mit so irgendwie. Dann muss man natürlich immer noch sehen, wie viel davon ankommt und alle Studien oder was auch immer gehen ja im Normalfall von bioverfügbaren Mengen aus. Also das heißt, ich habe es ja, was weiß ich, du kannst es ja, ist ja egal, was du nimmst. Nehmen wir jetzt mal wieder, um bei dem Channel hier zu bleiben, Testosteron. Testosteron, also reinformen hast du 100 Gramm, Testosteron sind 100 Gramm Testosteron. Weil sobald du Testosteron-Propionat draus machst, scheiße, Propionat, ihr wisst, ihr kennt meinen Sprachfehler in dem Bereich, dann hängst du ja Ester dran, das heißt, du verästerst das und dann hast du 100 Gramm Propionat und damit hast du ja nicht mehr 100 Gramm Testosteron, sondern du hast halt nur noch, keine Ahnung, ich glaube 93 Gramm Testosteron, hängst du in Enantat dran, also noch einen längeren Ester, bist du auf einmal nur noch bei 80 Gramm, also das heißt so bummelig 80 Prozent irgendwie so und dann rechnest du das halt so runter, weil du ja immer was dranhängst. Und genauso ist es halt auch bei einem Eisensulfat, also Eisen-2-Sulfat oder bei einem Bisglycinat oder was auch immer. Oder bei einem Carnitin, da kommen wir auch gleich noch zu. Und dementsprechend musst du dann natürlich, ja, kannst du halt nicht ansetzen mit einem, ja, mit einem zwar bioverfügbaren, aber jetzt nicht so mega bioverfügbaren Dings mit 12,5 Milligramm, wenn du halt tatsächlich sagst, ich möchte damit dem Namen nach Female Protect arbeiten, man geht bei solchen Geschichten und das jetzt bitte nicht machen, also das heißt, geht wirklich nur mit Amenorrhoe und dann bitte auch prüfen, beim Arzt besteht dann tatsächlich ein Eisenmangel, dann geht man mit Sachen ran, mit 60 Milligramm bis, ich glaube, 200 Milligramm bioverfügbar. Warum sage ich das nicht machen? Du kannst dich natürlich auch mit Eisen überladen, so. Es gibt zum einen natürlich solche Geschichten wie Hemm-Oberchromatose, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind dann halt tatsächliche Eiseneinlagerungsstörungen. Da hast du dann halt das Problem, dass dann Eisen, Kupfer und Zink beispielsweise verdrängt und dann hast du halt so Problematiken mit anderen Aufnahmen. Du hast eine Anlagerung in den Organen zum Beispiel. Du hast eine vermehrte Erythrozytenbildung, bla bla bla. Aber einige wollen das, andere wollen das wieder nicht. Und ich glaube, das ursprüngliche Verfahren, was jetzt immer noch angewandt ist, ist blutige Aderlast. Das heißt, wenn du da tatsächlich eine Eisenüberladungsstörung hast, dann wird dir halt Blut abgezogen. Wenn du jetzt natürlich eine Frau bist und Mensis hast, also das heißt menstruierst, das heißt blutest, dann hast du natürlich, ja, dein Aderlast halt von alleine irgendwie, ne? So, nichtsdestotrotz sollte man da jetzt nicht hingehen und sagen, sinnlos sich Eisen reinfeuern. Deswegen sage ich bitte nicht machen. Deswegen, vielleicht sind deswegen diese 12,5 Milligramm da so, ja, homeopathisch will ich nicht sagen, aber so niedrig gewählt. Ja, aber es passt halt für mich nicht mit der Aussage Aminorö. Regelblutung irgendwie unter Kontrolle kriegen so und dann halt diese Dosierung. Aber wahrscheinlich geht es darauf, dass viele das zusätzlich supplementieren sollen, wie auch immer. Ja, alternativ esst einfach ein bisschen Erbsenbohnenlinsen, die Geschichte. Und dann, ja, habt ihr auch, weiß nicht, ja, 200 Gramm Linsen oder so haben auch 12 Milligramm Eisen oder so. Aber da sind wir dann wieder bei der, ist dann wieder kein Eisen B, also kein Eisen 2, ne? So, und dementsprechend hast du dann wieder diese Aufnahmeproblematiken. Dann sind wir dann wieder in dem Bereich, wo mich wieder alle Veganer verhassen. Denn das, was du gut aufnehmen kannst, das ist natürlich dann wieder in so Fleisch, sowas wie Lamm oder Schaf oder was auch immer. Aber es ist ein anderes Thema, ja. Nur da einfach, wie gesagt, ich verstehe die Dosierung nicht. Ja, könnt ihr mal irgendwie kommentieren, warum das so ist. Ich gehe jetzt natürlich bewusst nicht darauf ein, was Eisen im Körper macht. Ich denke, das wissen alle Betroffenen und das wissen auch sonst so alle, die sich so ein bisschen mit dem Sport, Supplementen, was auch immer beschäftigen. Ja, aber Eisen schon, Blut, also der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich, Regelblutung, Blut, Verlieren, größere Mengen, Blut, roter Phasenstoff, Eisen, wichtig, alles klar, deswegen Eisen zuführen, ne? So, das nächste Ding, was da drin ist, ist L-Carnitin, einmal als Acetyl und einmal als Tatrat, glaube ich. Eigentlich vollkommen Hupe, weil L-Carnitin ist L-Carnitin, wird im Körper im Prinzip selbst gebildet. Aus Lysin und Methionin, glaube ich. Und kann der normale Körper so normal selber herstellen. Du hast natürlich eine andere Geschichte, wenn du, ja, bei Schwangeren beispielsweise, oder halt auch bei Leuten, die, ja, eine andere körperliche Belastung, zum Beispiel Regelblutung haben, und dementsprechend, ja, was macht es im Körper, es sorgt im Prinzip dafür, dass Fett, Körperfett bereitgestellt wird. So, was anderes ist es nicht. Ich habe dazu unten mal eine Saunenstudie angehängt, jetzt mal nicht wieder alle rumjammern und dissen und was auch immer so. Es ist halt, es ist halt eine, jetzt fängt wieder diese Diskussion an, ne, der Mensch ist nicht mit dem Schwein vergleichbar und so. Ähm, lustige Geschichte kann ich irgendwann anders mal erzählen. Da geht es halt auch darum, um die Vergleichbarkeit medizinischer Studien bezüglich Schwein, Hund. Und, viele Grüße an Olli, so, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall, unten drunter hängt halt so ein Ding und dazu möchte ich halt im Prinzip einfach nur etwas, habe ich mir ja notiert, Copy, Paste, ja, moderne kopieren, äh, notieren. Ich verlese das mal, weil Zitat und Zitatrecht und sowas, ne, aber wie gesagt, Studie hängt unten drunter und ganz unten im Fazit hängt dann unten das. Das, gestützt auf die eigenen Ergebnisse, kann zusammenfassend gesagt werden, dass die mit L-Carnitin-supplementierten Tiere trotz einer niedrigeren Energieversorgung in der Lage waren, eine hohe Milchmengenproduktion aufrechtzuhalten. Die Ursache liegt darin begründet, dass die Sauen der L-Carnitin-Gruppe mehr körpereigene Fettreserven als die Kontrolltiere mobilisieren konnten. Vergleich Anhang, diese Aussage wird durch die signifikant erhöhte Aktivität der lipogenen Enzyme in der Milchdrüse dieser Tiere bestätigt. So, also, was soll das zusammenfassen heißen? Es ging in dieser Studie darum, dass sie halt einfach verglichen haben, wie sich Carnitin auf das Fütterungsverhalten der Tiere auswirkt, das heißt, oder auf die Milchproduktion der Tiere auswirkt und dann haben sie halt die eine Sau, haben sie, also ein paar mehr, aber die eine haben sie halt Mangel ernährt, sag ich mal, und supplementiert mit Carnitin, die nächste haben sie normal ernährt und die nächste haben sie Mangel ernährt ohne Carnitin und dann haben sie halt geguckt, wo die Milchproduktion denn, ja, letzten Endes, ja, mehr, weniger, was auch immer wurde. Hat den Hintergrund, ist es vielleicht günstiger supplementieren und weniger füttern als normal füttern oder was auch immer und kriege ich damit den gleichen Milchoutput. Über die Qualität der Milch wurde jetzt erstmal nichts gesagt, denn du kannst natürlich auch einen hohen Milchoutput haben, der dann nicht so fethaltig ist, was dann letzten Endes wieder daraus resultiert oder darin resultiert, dass dann die Ferkel halt nicht schnell genug aufgezogen werden, was auch immer, bla bla bla. Aber das sind halt solche Sachen, wo man halt dann ableiten kann, wie das dann für den menschlichen Körper funktioniert. Konklusio aus dem Ding ist, esst mehr, ja, das ist ja auch, glaube ich, das, was Lea schon irgendwie mal gesagt hatte, so dieses Runterhungern ist das Problem. Das ist der Grund für sekundäre Arminorö. Also euer Körper ist im Prinzip, das geht jetzt mal an die Mädels, ist ja nicht dafür gemacht, magermodelmäßig zu sein. Auch wenn diese Fitnesswelt das jetzt vorgaukelt und dass man als Frau einen einstelligen Körperfettgehalt hat und sowas, das muss ja heutzutage so sein, ja. Dementsprechend macht ihr euch natürlich kaputt. Reproduktionsorgane, ja, wir es einfach mal faktisch als Terminus in den Raum werfen wollen, funktionieren nicht mehr. Ihr könnt euch doch kaum selber ernähren, denkt sich der Körper, also kannst du mit Sicherheit auch kein Kind mehr ernähren. Das ist der Hintergrund dahinter und deswegen sagt er, boah, Digga, Energie, Kind, jetzt, voll keinen Bock drauf, schalte ich ab, die Scheiße. Und dann musst du natürlich erstmal wieder aus diesem Loch rauskommen und musst natürlich immer wieder in diesen Bereich gehen, wo du in der Überversorgung bist oder halt auf jeden Fall, dass dein Körper auf einem Level funktioniert, wo er sagt, ja, okay, jetzt könnte ich auch ein Kind durchbringen, oben kommt was rein, ne, ich kann vielleicht sogar ein bisschen was anlagern, so, aber wenn du in diesem mega niedrigen Körperfettgehalt bist, dann bleibt die Regelbedürtung aus. Das ist normal. Ja, das ist nicht schön, das soll auch nicht so, aber das ist normal. Das ist ein Schutzreflex vom Körper, denn letzten Endes kostet das auch Energie und euer Körper ist das Letzte, was er machen will, ist sterben. Ja, da sind wir halt auch bei diesen Fehlern in der Diät, bla bla bla, mit diesem Zentralisieren und so weiter und so fort und dann halt irgendwann Einstellen der Hormonproduktion. Und da sind wir nämlich auch beim nächsten Thema, denn kann ich euch auch mal unten anhängen. Ich habe mal eine Studie irgendwie durchgelesen, wo halt drinsteht, was so bummelig Kausalzusammenhänge zwischen so einer Aminorös sind. Ja, also da sind dann halt auch so solche Sachen wie Prolaktin-Geschichten und so weiter und so fort. Und letzten Endes kann man dann daraus resultieren, Behandlung will ich es nicht nennen, ja, so, weil es ist ja nicht medizinischer was auch immer so, sondern was könnte man machen, dass sich das wieder verbessert, mäßig. Versteht ihr? So, und da sind wir natürlich dann halt bei solchen Sachen wie unter anderem halt einfach mehr Essen, ja, denn, ja, viele Auslöser sind halt auch sowas wie hier, wie heißt das? Anorexia nervosa hier, diese Magersucht-Geschichten oder Bulimie oder sowas. Also letzten Endes alles, was dafür sorgt, dass der Körper halt aushungert und du halt dann wirklich, ja, aussieht wie tot, sagen wir doch, wie es ist. Und auch deswegen habe ich mir hier mal eine Liste zusammengeschrieben, was man denn so machen könnte, rein von der Theorie, wenn das denn so sein würde. Als erstes natürlich, wenn ich in einer Mangelernährung bin, dann könnte es natürlich auch so sein, außer man ist jetzt tatsächlich so hart vegan, was auch immer in dieser Schiene, dann hat man möglicherweise noch die Mineralstoffe und Vitamine, aber Multivitamine sind natürlich dann wieder dieser erste Punkt, wo es dann darauf hinausläuft. Denn irgendwie ein Haufen enzymatischer Prozesse in eurem Körper laufen natürlich über unter anderem Vitamine. Wenn ihr natürlich auch die ganzen relevanten Sachen wie Fett nicht drin habt oder diese ganzen relevanten Sachen wie Proteine nicht drin habt, dann funktioniert natürlich euer Körper irgendwie auch nicht mehr richtig. Also das ist immer so Voraussetzung, damit natürlich dann auch irgendwann Vitamine wirken oder funktionieren oder wie auch immer man das nennen will, können. Das nächste Ding sind, und da muss man halt in dem Bereich nochmal auch drauf eingehen, sind es B-Vitamine und in dem Fall, also B-Vitamine generell und Vitamin B6 nochmal im privaten, persönlichen, was auch immer. Du hast natürlich das Problem, dass du, ja, du erstellst Material in deiner Gebärmutter und schießt die raus. Und dafür sind natürlich B-Vitamine prädestiniert. Also das heißt, Bauprozesse in eurem Körper hängen natürlich irgendwie mal hart mit eurer, ja, Vitamin-B-Geschichte zusammen. Dementsprechend sollte das, ja, irgendwie, also für mich ist es klar, für andere vielleicht nicht, aber es ist halt einer der Punkte, wo man sagen kann, okay, das ist dann halt auch irgendwie einer dieser Punkte. Bei dem nächsten Ding sind wir, was ich ja schon gesagt hatte, essentielle Fette, also das heißt diese ganzen, ja, ja, essentielle Fette, Alter. Also gesättigte, ungesättigte, mehrfach ungesättigte, so ein bisschen, ihr kennt das. Wir reden hier nicht von Transfette, also nicht jetzt mit der Stange Palmin unter die nächste Brücke setzen und die einfach mal wegsnacken. Sonst geht hier tatsächlich um so, ja, jetzt muss ich es wieder sagen, so sinnlose Sachen wie fetten Fisch. Und viele, viele, viele von den Mädels fallen natürlich dann auch in dieses Loch. Oh, Fett hat viele Kalorien. Ich will ja aber trotzdem noch was essen, also streiche ich mir das Fett. Diese ganze low-fetten Mafia, die da unterwegs ist, was natürlich gerade in diesen Leistungssport geht oder von mir aus auch in den normalen, es muss ja nicht mal Sport sein, aber dieses Verbieten kann natürlich dann letzten Endes dazu führen, dass deine Hormonproduktion irgendwie in den Keller rasselt. Ja, also das heißt, so ein fetten Fisch, sinnvolle Fette. Deswegen nicht die Stange Palmin und nicht euer Sonnenblumenöl und sowas, sondern sowas, wenn ihr das dann konsumiert, dann seid ihr damit auch schon mal auf dem richtigen Trichter. Natürlich isokalorisch, leichtes Defizit, leichter Überschuss, je nachdem, wie viel Körperfett ihr denn noch dran habt und ob oder ob nicht, ob ihr euch nur schützen wollt, ob ihr schon in der Aminorüe hängt oder wie auch immer. Das nächste Ding ist sowas wie Linolsäure, das kriegst du aus Distelöl, Traubenkernöl, solche Geschichten. Kann man sich rein theoretisch auch so salatmäßig mit auf dem Kessel arbeiten, aber das Ding ist, das ist wieder einer der Faktoren in eurem Körper, der dafür gebraucht wird, damit eure Hormone vernünftig in einem Einklang hängen. Und wo wir beim Thema Einklang sind, Zink, Zink-Video haben wahrscheinlich alles nur die Männer geguckt, weil es ja der krasse Aromatase-Hämmer, dies, das, hast du nicht gesehen ist. Aber letzten Endes hat es natürlich für Frauen auch eine gewisse Bedeutung, dass die Hormone, Östrogen, Progesteron, dass das alles so ein bisschen alles im Einheitlichen schwingt. Natürlich könnt ihr euch einfach Zink supplementieren, aber ihr könnt natürlich auch einfach vernünftig euch ernähren. Ihr könnt euch auch vernünftig ernähren. Deutsch, Digga! Und dann habt ihr halt einfach nicht die Problematik, dass ihr da in irgendwelche, ja, Mangelzustände rasselt. Vielleicht hat die eine oder andere von euch oder der eine oder andere von euch, dessen, der seine Freundin bekocht, auch mit meinem Kurkuma-Schräger-Ingwer-Video irgendwas mal zu tun gehabt, hat er mit Kurkuma und Ingwer vielleicht auch der Regelmäßigkeit nachgekocht und auf einmal klagt eure Freundin oder ihr selber, merkt auf einmal, Digga, meine Periode kommt auf den Tag, das Ingwer, und die ist auch irgendwie viel schneller vorbei, dafür aber heftiger, das Kurkuma. Also nur so, was so diese pflanzlichen Geschichten machen könnten, rein theoretisch. So, jetzt nochmal der Kicker für die Mädels, die schon in der Aminorue hängen. Informiert euch mal über Mönchspfeffer. Ja, für meine ganzen Trenn- und Deckerliebhaber so, die kennen Mönchspfeffer natürlich schon, Prolaktin und so, dies, das. Für euch, informiert euch da mal drüber und dann müsst ihr einfach mal ein bisschen so gucken, ob das vielleicht funktionieren könnte für euch, wenn ihr denn da drin hängt. Ansonsten braucht ihr es halt eigentlich nicht. Ist auch ein bisschen unangenehm und man überlegt möglicherweise auch schon, ob das nicht vielleicht sinnvoller wäre, dann das ein bisschen zu regulieren, dass man es nicht so einfach in der Apotheke kaufen kann. Aber gut, das soll uns jetzt nicht interessieren, denn unser Problem ist ja rein theoretisch die Aminorue. Also meint es nicht, euers vielleicht oder das eurer Freundin oder was auch immer. Und wie gesagt, es gibt neben dem Female Protect gibt es noch andere Sachen, die zusätzlich entweder kicken können oder als langfristige Substitution gelten können. Basis sollte natürlich sein, haut eure Kalorien auf ein Limit. Also sagt euch nicht hier, ich muss jetzt 800 Kalorien scheiße machen oder sowas. Ja, ich habe gehört, es gibt da draußen irgendwelche Programme, die richtig viel Geld kosten, die Mädels auf unter 1000 Kalorien setzen am Tag. Dann natürlich noch dreimal die Woche Sport. Das ist, ich weiß gar nicht, müsste man eigentlich mal prüfen, ob das nicht Körperverletzung ist. Ja, weil ganz im Ernst, was man da mit den Mädels macht, Alter, das ist doch völlig Panne. Mit den Jungs natürlich auch so, aber da haben wir jetzt, ja, wir sind da ein bisschen, ein bisschen, ich glaube, das ist das Einzige im Leben, wo die Männer ein bisschen härter im Leben sind. Natürlich heulen wir mehr rum, dass wir nicht ganz so viel zu fressen kriegen, aber wir haben nicht so diese krassen, heftigen Einschränkungen, die halt vielleicht auch bleibend sein können, wie beispielsweise Aminorue, oder halt eine Magersucht oder was auch immer man daraus entwickeln kann. Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass Männer das nicht auch kriegen können, aber wir sind da, glaube ich, so ein bisschen, wir nehmen solche Diäten dann auch nicht ganz so ernst. Ja, also, ja gut, wir bescheißen. So sagen wir doch mal, wie es ist. Also, das sollst du zu gewesen sein, Aminorue, was kann man zusätzlich noch machen? Wie gesagt, denkt an die Kalorien und ansonsten habt ihr jetzt ein paar Tipps, worüber ihr euch zusätzlich informieren könnt. Alternativ, passt ein bisschen auf mit dem Eisen, ja, wenn ihr tatsächlich sagt, ich will meinen Eisen checken, dann geht zum Arzt, lasst euren Eisenwert checken und wenn er tatsächlich zu niedrig ist, dann lasst euch auch darauf ein, was euer Arzt sagt. Ja, so, ich glaube, das ist alles, was man dazu zu sagen hat. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne in den Kommentaren. Möglicherweise muss ich auch noch irgendwelche Einzelvideos machen, könnt ihr auch gerne drunter schreiben und ansonsten, ja, haut da rein. was haben wir? Zweiten Advent oder so? Frühling, zweiten Advent und bleibt dann natürlich hier schmeidisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.